Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Einfach Bewegen mit Spaß. Schön, dass du dabei bist. Wir machen Schritte, bewegen uns, verbrauchen Energie, verbrennen Fett und das Ganze ganz locker und easy. Wenn du Lust hast, hol dir leichte Gewichte oder Brasil dazu, geht auch ganz ohne. Und wenn was nicht so klappt, ist ganz egal, du wirst sehen, wir bleiben auch wirklich einfach. Komm in eine Grätsche, lass deine Schultern jetzt so ein bisschen sich durchbewegen. Und wir starten mit einem Aufhehmtraining. Dazu mache ich uns Musik an und du darfst schon die Fußspitzen locker anheben. Mal rechts, mal links im Wechsel. Vielleicht magst du heute auch so ein bisschen die Hüfte mit einsetzen. Dann hast du auch gleich noch Körpermitte dabei und Rückenmuskulatur. Muss aber nicht sein. Du sollst dich wohlfühlen. Wenn jetzt die rechte Fußspitze hochkommt, nimmst du die linke Schulter mit nach oben. Ganz easy und locker. Klappt? Nochmal. Hin, her, hoch, hoch. Becken bewegt sich mit. Denk dir eine Krone auf den Kopf, bleib stolz und in der Aufrichtung. Immer nach. Dein Atem fließt. Immer nach. Lass die Schultern jetzt unten und heb die Ferse. Schau mal. Ferse rechts, links, rechts, links. Und vielleicht Körpergewicht schon verlagern. Hüfte. Dein Becken mitschieben. Klappt. Rechte Ferse, linker Unterarm und umgekehrt. Bewegung geht weiter. Tippen, tippen und jetzt nach vorne. Tippen. Dann holst du gleich deine Knie nach oben. Lass die Arme locker neben dem Körper hängen. Und immer wenn du das Knie hoch ziehst, bist du etwas rund. Brustkorb. Geht auch ohne Brustkorb. Atmen. Immer nach. Lass die Schultern hinten unten. Knie hoch. Lass die Schultern hinten unten. Knie hoch. Weiter, links, rechts, links. Ich würde sagen, wir starten mit den ersten 45 Sekunden bereit. Dann gehst du jetzt am Platz. Also, wenn du gehst, rechter Winkel die Arme. Geh mal weiter. Ich mache uns einen Piepser an. Aufrichten ist wichtig. Rechter Winkel. Und die Arme mitnehmen. Genau. Es geht los. Natürlich darf auch die Hüfte im Einsatz sein. Dein Becken. Immer weiter bewegen. Also, zwischendurch haben wir immer wieder dieses lockere Gehen. Und wenn du willst, darfst du dich auch verabschieden und ein bisschen im Zimmer umher gehen. Oder Hüfteinsatz. Sehr schön. Nach diesen ersten 45 Sekunden kommt dann ein Schritt. Und der ist jetzt erstmal ein Tap nach vorne. Tap, tap. Minuten 15 haben wir Zeit, um so ein bisschen aus uns heraus zu holen. Vielleicht Hüfte oder ganz einfach tippen. Vielleicht sogar den gegenüberliegenden Arm nach vorne schütteln lassen. Stolz. Aufgerichtet. Und weiter. Sehr, sehr gut. 20 Sekunden noch. Aufrichten. Aufrichten. Fünf Sekunden. Und ehren. Genau. Vielleicht durchzimmern. Vielleicht auch so. Oder eben weich. Weich. So, die letzten Sekunden. Dann darfst du gerne schon überlegen, welcher Schritt vorher war. Der Tap nach vorne. Der Tap nach vorne. Okay. Tap nach vorne. Tap. 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 Der bleibt dann auch. Unser nächster Schritt ist, gehen am Platz. Gehen. Gehen. So, und jetzt gerne achte mit deinem Becken. Und dann. Eine Acht. Eine Acht. Gern die Hände öffnen. Spannung. Spannung im Bauch. Tap nach vorne. Von Anfang. Tap. 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 Gehen am Platz. Gehen. Sehr gut. Immer wieder. Nochmal Tap nach vorne. Tap. Gehen. Nochmal Tap. Und. Gehen. Gehen. Wir gehen 45 Sekunden. Im Zimmer umher. Die zwei Schritte eben gerade merken. Komm. Knie rück höher. Hoch. Puls darf ruhig ein bisschen nach oben gehen. Zwischendurch. Zehn Sekunden nur noch. Dann wieder zu mir kommen. Dann starten wir mit dem Tap. Tap. Genau. Tap. Tap. Nach vorne. Gehen am Platz. Hüfte. So. Weiter gehen. Öffnen die Beine. Grätschen. Entweder gehst du so. Oder auch hier. Liegenden Achter. Und dann versuchen wir es von vorne. Spannung im Bauch. Tap nach vorne. Tap. Gätschen. Gehen am Platz. Hier. Gätschen. Gätschen. Aber noch. Also. Gätschen. Gätschen. Und jetzt kommt wieder unser Walken. Sehr gut. Wenn du im Zimmer umhergehen möchtest, Walken. Komm. Aufrichten. 15 Sekunden noch. Immer noch. Okay, bereit? Tipp nach vorne. Tap. Bleib noch da. Noch acht. Tap. Tap. Gehen. Was kommt? Grätschen. Bleib hier. Schau mal. Außen. Mach einfach mal mit. Rechts. Außen. Innen. Außen. Innen. Außen. Innen. Ja, gut. Alles von vorne. Tap. Geh nach dem Platz. Achter. Beine öffnen. Wir sind eigentlich schon wieder beim 45 Sekunden Walken. Walken. So, jetzt geht's wieder im Zimmer rum. Geht's, ne? Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Tappen. Tappen nach vorne. Tappen. Gleich geht's los. Los geht's. Und acht. Gehen. Tappen. öffnen, hier, noch zwei, out in, out und in, out in, out in, da bleiben wir jetzt erstmal, bleib in der Mitte, bounce, einfach so, kannst auch die Arme mitnehmen, den bounce hängen wir dann noch an den Fluss, okay, tipp nach vorne, tap, gehen, räthe, jetzt probieren wir es nochmal aus, out in, out, bounce, okay, gehen, wir walken, nochmal rum, im Raum, aufrichten, und dann alles nochmal zusammen, bereit, los geht's, gehen, out in, out, bounce, bounce, in eine Richtung, von Anfang an, und, gehen, gehen, greifen, out in, nur zwei mal, out in, bounce, und, von Anfang an, super, gehen, Hüfte, greifen, sieben, sieben, fünf, vier, drei, zwei, out in, out, und bounce, und gehen, super, nochmal von vorne, fünf, sechs, sieben, acht, tap, jetzt gib alles, jetzt gib alles, gehen, achter, grätsche, out in, außen, bounce, von Anfang an, tap, tap, gehen, kannst dich auch drehen, wenn du willst, öffnen, out in, out, in, stehen, von Anfang an, in, am Platz, am Platz, achter, krätsche, out in, out, stehen, von vorne, vorne, tap, gehen, super, krätsche, out in, out, bounce, in, von vorne, von vorne, kannst dir schon mal eine tolle Schlusspose überlegen, gehen, wenn du willst, klatsche, out in, hier, tap, weißt du schon irgendeine Pose, gehen, öffnen, Schluss, wie auch immer, sehr schön, ganz locker weitergehen, nicht stehen bleiben, wenn du möchtest, Gewichte, oder was auch immer du in der Hand hast, weglegen, Beine öffnen, schau nochmal, Ferse, sich an den Anfang erinnern, jetzt nimm deine Arme mit, Ferse, 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 kleine Schulter, bleib stehen, Fußspitzen, ohne Schultern, jetzt bleibst du hier, tauchst ein, Brustbein, auf, Brustbein, auf, nach oben kommen, einatmen, aus, ein, alles gut, Beine schließen, noch einmal, ein, ganz lang strecken, rechts und links ziehen, Hände aufmachen, Finger öffnen, ein, Arme öffnen, ein bisschen höher, Brustbein, wirklich nach vorne schieben, einatmen, locker, wieder, noch mal, wenn du nach vorne gehst, werde ruhig rund, hier bleiben, hier bleiben, vielen Dank fürs mitmachen, sehr schön, ich hoffe, dir ist auch warm, und ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, gerne unten kommentieren, ich freue mich natürlich, wenn es dir gefallen hat, wenn du gefällt mir drückst, einen netten Kommentar hinterlässt, wenn was nicht ganz geklappt hat, alles egal, einfach bewegen, wie du Lust hast, das Hauptsache, wir haben uns bewegt, wir haben viele Schritte gemacht, wirklich fett verbrannt, Energie verbraucht, wenn du Lust hast, meine Arbeit wert zu schätzen, danke auch an alle, die es bereits tun, der Link ist unter dem Video, da steht deine Unterstützung, klick einfach drauf und wähl dann aus, mit wie viel du das gerne im Monat machen möchtest, 52, 5,10, 20, was es dir wert ist, auf jeden Fall, danke, und wenn du Lust hast, dann sei natürlich ganz einfach so, beim nächsten Training wieder mit dabei, ich freue mich auf dich, bis dann!